Sie war mein Ein und Alles, doch sie haben sie mir genommen und mit ihr meine Güte und meine Gnade. Das war ein Fehler, denn alles was mir bleibt, ist ein kaltes Herz. Sie gedeihen im Zweifel, sie laben sich an Angst. Diese elenden Abscheulichkeiten verderben diese Welt und jede einzelne von ihnen wird durch mich ihr Ende finden. Untertitelung des ZDF, 2020